Herzlich willkommen zum ICF Berlin Foto Tutorial. Zum fünften Teil geht es um die Blende und zwar ist die Blende in jedem Objektiv verbaut und je nach Blende Einstellungen könnt ihr jetzt hier vorne sehen, dass sich die Blende verändert, indem sich die Blende weit zuschließt oder weit öffnet. Die Blende hat auch wieder zwei Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist die Helligkeit. Ich denke mal das ist absolut logisch, dass wenn die Blende weit geöffnet ist, dass dementsprechend viel Licht reinkommen kann und dementsprechend das Foto heller ist. Genau das Gegenteil, wenn die Blende weit geschlossen ist, kommt nicht so viel Licht rein und dementsprechend wird das Bild dunkler. Weite Blendenöffnung bedeutet eine kleine Blendenzahl. Das heißt, wenn die Blendenzahl f sehr klein ist, beispielsweise 1,8, dann ist die Blende sehr weit geöffnet und dann ist das Bild sehr hell. Wenn die Zahl relativ groß ist, wie zum Beispiel 20, dann ist die Blende sehr weit geschlossen und dementsprechend kommt weniger Licht rein und dementsprechend ist das Bild dunkler. Die zweite Auswirkung der Blende ist die Tiefenschärfe. Die Tiefenschärfe ist die Eingrenzung des Bereichs der Schärfe eines Bildes. Ich erkläre es dir. Hier siehst du eine Kamera, eine Blume, ein Baum und weiter hinten ein Berg. Wenn wir jetzt die Blende 1,8 haben, dann kann ich von der kurzen Distanz vielleicht nur die Blüte scharf machen, aber die Blätter dahinter sind schon unscharf. Wenn ich jetzt mit der gleichen Blende von 1,8 weiter hinten den Baum fotografieren möchte, dann ist die Distanz zwischen Kamera und dem zu fotografierenden Motiv größer geworden und damit hat sich automatisch auch der Bereich der Schärfe vergrößert. Deswegen ist auf der Distanz der komplette Baum scharf, obwohl vorher die Blume noch nicht mehr komplett scharf gestellt werden konnte. Einfach weil die Distanz vergrößert auch den Bereich der Schärfe, aber vor und hinter dem Baum ist und bleibt es unscharf. Wenn ich die Blende jetzt auf 20 hoch setze, dann vergrößert sich der Bereich der Schärfe. Das bedeutet, im Fall der Blume ist dann die komplette Blume scharf und beim Baum ist weiterhin der komplette Baum scharf, aber auch mehrere Meter davor und auch dahinter vielleicht sogar bis zum Berg. Das bedeutet, hier geht es um das Zusammenspiel von Blende und Abstand zwischen Kamera und dem zu fotografierenden Motiv. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, wir wollen ja Schärfe, deswegen ist doch eigentlich eine höhere Blendenzahl ganz gut, damit ich so viel wie möglich scharf habe. Ja, aber. Und zwar jetzt kommt es aber, weil wenn du eine kleine Blendenzahl hast und die Blende dementsprechend weit geöffnet ist und der Bereich der Schärfe deswegen relativ klein ist, entsteht dieses Wort Tiefenschärfe, dass etwas scharf ist und im Hintergrund unscharf oder auch im Vordergrund unscharf. Und dieses Zusammenspiel aus Schärfe und Unschärfe bringt eine Dynamik in das Bild, was das Bild, wodurch das Bild generell interessanter und spannender wirkt. Und genau das wollen wir letzten Endes. Wir wollen spannende Bilder kreieren und dementsprechend wollen wir auch Tiefenschärfe. Deswegen fotografieren wir im ICF grundlegend mit einer sehr niedrigen Blendenzahl, damit der Bereich der Schärfe sehr gering ist. Letzten Endes musst du dadurch aber auch noch mal mehr darauf achten, dass auch das scharf ist, was du möchtest. Beispielsweise, du möchtest nicht die Nase von den Sängern oder wem auch immer scharf haben, sondern die Augen. Das heißt, wenn du sehr nah an einer Person dran ist, ist der Bereich der Schärfe sehr, sehr niedrig. Deswegen musst du umso mehr darauf achten, dass die Augen scharf sind und nicht irgendwas im Hintergrund oder die Schulter oder was auch immer. Wenn du weiter weg bist und sich der Bereich der Schärfe vergrößert, dann ist wahrscheinlich die Nase genauso scharf wie das Auge. Von daher ist das dann nicht so schlimm. Wann benutzt man denn dann überhaupt die großen Blendenzahlen, sprich eine weit geschlossene Blende und den großen Bereich der Schärfe, fragt ihr euch? Das nutzt man hauptsächlich bei der Landschaftsfotografie, weil man da wirklich viel scharf haben möchte und weil man draußen in der Natur sehr, 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 sehr viel Licht hat. Und wie gerade eben schon bei der Helligkeit erklärt, je größer die Zahl, desto kleiner die Öffnung und desto dunkler das Foto. Und das ist bei Naturfotos, wo viel Sonne und viel Licht ist, auch sehr wichtig. Kleiner Lifehack, wenn ihr ein Portrait-Shooting macht und keine natürliche Tiefenschärfe habt, zum Beispiel jetzt kein Busch, den ihr im Vordergrund haben könnt, um den noch da mehr Tiefenschärfe zu nehmen. Dann nehmt einfach einen Zweig, der rumliegt, haltet den vor die Kamera und dann ist automatisch Tiefenschärfe. Oder Beispiel ICF. Wenn ich in der Celebration Hall nicht genug Tiefenschärfe oder nicht genug Dynamik habe, halte ich die Kamera so und halte meinen Finger noch so ein bisschen davor. Das sieht dann quasi so aus, als ob da die Schulter von einer Person gerade beginnt und dann ist es auch wieder mehr Dynamik, mehr Spannung in einem Foto. Deswegen die zwei Auswirkungen von der Blende. Einmal die Helligkeit. Je kleiner die Zahl, desto heller das Foto. Je größer die Zahl, desto dunkler das Foto. Und die zweite Auswirkung, die Tiefenschärfe. Je kleiner die Zahl, desto kleiner der Bereich, der scharf ist. Also große Tiefenschärfe. Und je größer die Zahl, desto größer der Bereich, der auf dem Bild scharf ist. Also wir haben viel auf dem Foto scharf. Wenn es euch jetzt auch so blendend geht wie mir, dann freut mich das. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail an thomas.schütze.icf-berlin.de. Und jetzt geht es weiter mit dem ISO-Wert. und jetzt geht es weiter mit dem ISO-Wert. Und jetzt geht es weiter mit dem ISO-Wert.